Herzlich Willkommen auf einem weiteren Video von mir Leute, aktuell sind wir mit dem Bitcoin an einer sehr sehr spannenden Phase, wir sind bei einem Preis von ca. 51.855 US-Dollar und für alle diejenigen, die meine Videos verfolgen, wissen, dass wir eine sehr sehr wichtige Hürde geschafft haben, hinter uns zu bringen und wie es jetzt weitergehen könnte, welche spannenden Pattern wir auf dem Chart haben, werden wir uns gemeinsam in diesem Video anschauen. Außerdem wird es auch bei Ethereum gerade sehr sehr interessant, ob wir dort jetzt in den nächsten Stunden einen Breakout erwarten können, werden wir uns ebenfalls in diesem Video anschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, um die neuesten Updates nicht zu verpassen und immer auf dem Laufenden zu bleiben. Wir machen direkt weiter mit dem Bitcoin, erstmal Glückwunsch an alle diejenigen, die hier unser Double Button Pattern getradet haben, wir haben unser Preisziel hier exakt auf den US-Dollar genau von ca. 51.980 US-Dollar erreicht. Wir sind hier, wie ihr wisst, hatten wir hier unsere Neckline von unserem Double Button Pattern, welches wir in den letzten Videos schon besprochen haben. Wir haben es geschafft, daraufhin dann hier aus diesem Pattern, aus dieser Neckline nach oben hinaus zu brechen, haben hier einen schönen Retest gesehen, welche hier die Confirmation war dafür, dass wir hier einen Breakout haben und sind dann hier mit dem Preis gestiegen und haben hier exakt unser Preisziel von ca. 51.800 US-Dollar erreicht. Und messen wir hier einmal nach, haben wir hier von unserem Breakout-Punkt hier ab der Neckline bis zu unserem Preisziel ein Plus von ca. 5,91%. Das heißt, mit einem Human 10er Hebel wären das ca. 59% Gewinn, die man mitnehmen könnte, wenn man dieses Pattern getradet hat. Und wechseln wir jetzt hier auf dem Daily Chart, haben wir hier ebenfalls eine sehr, sehr spannende Entwicklung, denn wie wir schon gestern besprochen haben, hatte ich euch gesagt, sollten wir es schaffen, unser 6.18er FIP-Level nach oben hin zu durchbrechen, dann werden wir höchstwahrscheinlich hier ein Bullishes Crossover bei unserem MACD haben. Und jetzt ist es genau der Fall, wir haben jetzt in diesem Moment ein Bullishes Crossover von unserem MACD und haben hier auch eine sehr, sehr Bullische Confirmation von unserem MACD erhalten. Schauen wir uns das letzte Mal an, wo wir hier ebenfalls an diesem Punkt hier ca. ein Bullishes Crossover hatten, sind wir mit dem Preis hier drastisch, rasant nach oben hin angestiegen. Und das erwarte ich jetzt ebenfalls beim Bitcoin. Wir haben es geschafft, nämlich über unser wichtiges 6.18er FIP-Level hier bei ca. 51.100 US-Dollar zu kommen. Und haben hier auch schon einen kleinen Retest gesehen, hier exakt auf unser 6.18er FIP-Level, unser Golden Pocket. Und jetzt erwarte ich als nächstes Preisziel das 7.8er FIP-Level bei ca. 57.000 US-Dollar. Und hier haben wir ebenfalls ein interessantes Pattern, was wir hier beim Bitcoin geformt haben. Wir haben hier ein Ascending Broadening Wedge und das Preisziel von diesem Ascending Broadening Wedge liegt auch hier in etwa bei unserem 7.8er FIP-Level bei 57.217 US-Dollar. Also schauen wir es uns an, sieht es technisch momentan sehr, sehr bullisch aus für den Bitcoin. Ich erwarte auf jeden Fall, solange nichts dazwischen kommt, dass wir technisch auf jeden Fall die 57.200 US-Dollar easy erreichen können. Und aktivieren wir hier einmal unseren VP-VR, dass wir sehen, dass wir in diesem Bereich jetzt erstmal keinen großen Widerstand von unserem VP-VR zu erwarten haben. Das heißt, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir es schaffen, die 57.000 US-Dollar beim Bitcoin in den nächsten Tagen auf jeden Fall oder auch Wochen zu erreichen. Jetzt ist es meinerseits sehr, sehr wichtig, dass wir es schaffen, hier unsere Wochenkerze über dem 6.18er FIP-Level bei 51.108 US-Dollar zu schließen. Unsere Wochenkerze geht hier noch 6 Tage und 5 Stunden. Hier wäre es definitiv wichtig, wenn wir es schaffen, unser Preis über 51.100 US-Dollar bis Ende der Woche zu halten. Denn sollten wir über dem 6.18er FIP-Level hier schließen, wäre das ebenfalls auch auf dem langen Timeframe hier ein sehr, sehr bullisches Zeichen für den Bitcoin. Wechseln wir hier einmal auf Ethereum, auf dem 4-stündigen Chart sehen wir, dass wir hier ebenfalls ein interessantes Pattern hier formen. Wir haben auf dem 4-stündigen Chart hier ein Symmetrical Triangle bei Ethereum, welches hier kurz vor dem Breakout steht. Und hier ist es ebenfalls ein sehr interessantes Preisziel, denn wie ihr wisst, haben wir um die 4.000 US-Dollar rum hier einen großen Widerstand momentan, welches wir es noch nicht geschafft haben, nach oben hin zu durchbrechen. Und schauen wir einmal unser Preisziel von diesem Symmetrical Triangle an. Sehen wir, dass wir hier ebenfalls ein interessantes Preisziel hätten, denn unser Preisziel wäre hier bei ca. 4.148 US-Dollar. Und somit hätten wir auch unsere wichtige 4.000 US-Dollar Marke geknackt, die auch psychologisch gesehen einen wichtigen Widerstand darstellt. Und dann denke ich, ist es auch nicht mehr weit, bis wir unser All-Time-High von ca. 4.400 US-Dollar erreichen. Das heißt, ich erwarte definitiv bei Ethereum, dass wir es schaffen, hier unser All-Time-High zu erreichen. Wichtig ist es, wollt ihr dieses Pattern hier traden bei einem Trade, würde ich definitiv euch empfehlen, darauf zu achten, dass wir bei einem Breakdown, Breakup hier auf jeden Fall einmal unsere obere Widerstandslinie von diesem Symmetrical Triangle hier im Idealfall antesten und dann mit dem Preis steigen. Und dann würde ich auch darauf achten, dass wir definitiv erhöhtes Volumen bei einem Breakout hier haben, um sicher zu gehen, dass es sich auch wirklich um einen Breakout und nicht um einen Fakeout handelt. Ich denke auf jeden Fall, die Wahrscheinlichkeit aus diesem Pattern nach oben hin auszubrechen, ist relativ hoch, da wir hier auch ebenfalls nochmal hier die obere Seite von unserem EMA Ribbon hier angetestet haben und uns weiterhin hier seit diesem Breakup aus unserem Ascending Triangle nach oben hin es weiterhin schaffen, über unserem EMA Ribbon auf dem 4-stündigen Chart zu halten, welches ebenfalls ein sehr, sehr bullisches Zeichen ist. So, das war es mit einem kurzen Update heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, um die neuesten Updates nicht zu verpassen und immer auf dem Laufenden zu bleiben. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, bleibt alle gesund und bis morgen. Dann lasst mir doch ein wenig nach unten. Dann lasst mir doch ein wenig nach unten. Vielen Dank.